so stream nummer 14 15 ist gar nicht genau irgendwas habe ich da falsch gemacht letztes mal im letzten live stream oder davor mal irgendwann muss die mal durchzählen ich weiß gar nicht genau wo wir gerade sind also es müsste glaube ich der 14 oder 15 live stream sein ich weiß gar nicht genau ich guck mal dann nächste woche eine klarheit beim nächsten live stream hallo da kommt schon welche rein perfekt guten abend hallo na seid ihr alle fit seid ihr motiviert die lust auf bisschen harry potter das geht ja schnell hoch gesprungen ist auch wieder dabei hallo schattenkönig kirito ist auch richtig nightrider becky bräunig gehad rené kira marie viele davon kenne ich also die namen kann man sich tatsächlich gut merken vor allem wenn ihr öfter mal im live stream seid dann kenne ich euch schon musst mathe hausaufgaben machen und viertel vor 11 und fast ein live streamer weil das klingt bisschen nach mir so war ich auch immer in der schule ich habe es immer auch auf den letzten drücker gemacht ja ganz gut eigentlich wie geht es euch dann seid ihr alle gewünscht seid ihr gut ins neue jahr gestartet letzte ich glaube jetzt ja ich glaube ich habe letzte woche mit dem stream gemacht man kann es nicht schlafen wegen nackenschmerzen doch natürlich doch vielleicht kann der stream ein bisschen ablenkung verschaffen schmerzen lindern kann er glaube ich nicht aber ablenken vielleicht ist das zweite mal drin ja kann sein ja also letztes mal was auch dabei oder mit micro bisschen lauter vielleicht okay drehen mal ein bisschen das ist jetzt besser ob es das war mein stuhl mein stuhl ist ganz schön laut wenn man sich auch mal ein stück kaufen ich habe ein bisschen lauter gemacht wann lade ich die live hoch also den live stream selber den mache ich eigentlich sofort öffentlich sobald wir schlafen gehen oder sobald ich schlafen offline gehen sobald der live stream beendet ist dann dauert es nur zwei minuten oder so dann ist eigentlich der muss noch irgendwie kurz weil sie nicht durch rendern oder irgendwas keine ahnung und dann ist eigentlich relativ schnell online die einzelnen kapitel aus den live streams allerdings die mache ich halt einfach dann sonntags online wenn wir kein live stream haben weil wir haben es ja so hat sich also ergeben sonntag dass da live stream oder kapitel kommen das heißt jedes jeden sonntag wenn kein live stream ist kommt das kapitel halt dass wir gelesen hatten guten abend aus dem 1 hallo durch die ganze republik seid ihr verteilt die ganze republik und auch im ausland wie wir schon festgestellt haben wollte es gerade ein video anmachen sehr gut aber live ist doch auch gut hört sich nicht ganz so gut an weil hinterher kann man es immer noch ein bisschen bearbeiten und ein paar ausrutscher raus machen oder wenn ich irgendwas trinke oder wenn wir pause machen aber live hat doch auch was kann man ein bisschen reden miteinander ich find's lustig wenn man so quasi wie so ein zoom call live stream hätte also wie so dass man sich sehen kann auch noch also also meine kamera könnte ich bestimmt irgendwie anmachen oder so keine ahnung aber ich meine dass ich euch auch sehen könnte oder euch untereinander so ein bisschen als gemeinschaft das wäre lustig wobei wahrscheinlich 90 prozent im bett liegen und das ist eh dunkel also von dem her ist auch egal aber vielleicht lustig jetzt streitet eine zweite stream in folge den du nicht verpasst perfekt ich meine so viele live streams gab es jetzt da nicht so weil ich keine zeit hatte aber jetzt gibt es noch wieder ein paar ihr könnt gerne den stream liken dann wird er auch noch ein paar leuten angezeigt mir persönlich ist das eigentlich egal aber ich mache das für den kanal und für die anderen zuschauerinnen dann wird er nämlich mehr also durch den youtube algorithmus gejagt und mehr leute sehen das dann beziehungsweise wenn man diese glocke hat und den abo button dann kriegt man ja sowieso eine benachrichtigung glaube ich aber auch so wenn man noch nicht abonniert ist dann kriegt man den angezeigt du hast nur unter videos geguckt ach so ja ich muss da mal ein paar neue haben jetzt machen die sind nicht mehr so schön die muss ich mal ein paar neue machen ich glaube ich mache die immer so fünf auf einmal oder so weil jedes mal shop aufmachen ist mir dann ein bisschen zu blöd aber muss ich noch ein paar neue machen manchmal vielleicht fünf oder zehn stück dann habe ich mal ein bisschen vorrat für den nächsten live streams und die nächsten videos du kommst aus dem ruhrgebiet da war ich noch nie wirklich in der ecke von deutschland da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen vielleicht komme ich ja mal vorbei schauen wir das mal ein bisschen an ich komme aus dem süden deutschlands ich weiß nicht ob man es hört könnt ja mal raten woher genau eigentlich hat man ja so ein bisschen dialekt vielleicht doch nicht ne ulm ja das ist gar nicht mal so weit von mir ja eigentlich schon mir ging es schon gut nur viel stress halt ich meine jeder hat so ein bisschen stress aber zeit blöd wenn das dann immer hinten runter fällt aber deshalb auch sonntag abend vielleicht ist es auch gar nicht so eine gute zeit wenn wir es auch immer so spät machen vielleicht muss ich einfach früher anfangen wenn ich montagmorgen irgendwie um 8 uhr direkt irgendwas habe dann irgendwie um sonntag bis 1 uhr morgens ein live zu machen ist vielleicht nicht so schlau andererseits freitag samstag habe ich halt oft auch keine zeit na ja wir gucken einfach mal jetzt machen wir heute jetzt mal sonntag jetzt mal live stream jetzt machen wir endlich mal hier wieder live stream moin aus hamburg perfil perfekt ich erleichter dir das einschlafen das doch schön also ich nehme das jetzt mal als kompliment das ist ja unter anderem der sinn dieses channels in allen anderen bereichen würde ich das nicht als kompliment nehmen aber unter diesen umständen nehme ich das als kompliment dass du dabei einschliffst das ist doch schon mal gut jetzt musst du nichts zum suchen hören ja jetzt kannst du einfach zurücklehnen und zuhören jetzt geht es nämlich auch gleich los damit ja nicht nur ich am labern bin sondern damit hier auch bis in harry potter ist in dem harry potter live stream was das mit dem instagram account ja gute frage ich habe reingeguckt ich habe da lange nicht mehr ich hatte ein neues handy ein neues altes handy ich habe mein gebrauchtes iphone gekauft und da hatte ich das nicht drin und dann kam ich nicht mehr rein aber jetzt vor kurzem habe ich mich wieder eingeloggt und ja jetzt habe ich wieder instagram jetzt muss ich mal gucken ob ich wie ich das mit den videos mache ob ich da wieder videos hochlade weil ich weiß nicht ob da leute ernsthaft das anhören auf instagram wenn man auch auf youtube das ganze video anhören kann oder anschauen aber ich habe ja immer so kleine kurze teaser hochgeladen zumindest ja finde ich auch cool servus grüße vom bodensee ja kommen doch einige leute hier aus der region sind doch nicht so wenige bis aus frankfurt ja damit ich auch öfter das doch eine coole stadt früher wusste ich gar nichts darüber ich wusste nur über bänker und dass da manchmal ein bisschen rauer zugeht aber mittlerweile finde ich sehr sehr schön ruhrgebet nicht für urlaub okay dann nicht für urlaub dann einfach als leer veranstaltungs reise oder wenn ich mal durchfahre bleibe ich mal ein bisschen länger dort bis hin wir sind früher ja ich glaube bis hin früher ist gut jetzt haben wir nämlich schon viertel vor elf und dann nichts geschafft ähm nicht wirklich sandgeist also vielleicht lokal ja aber eigentlich nicht naja wer weiß hälfte hälfte du wartest schon eine stunde erst tut mir leid ich musste noch so viel erledigen für die ganze woche aber aber jetzt hat doch noch schlussendlich geklappt sehr gerne kommt aus köln bayern ja dann ist doch schön dann fangen wir jetzt mal an wir haben ja letztes mal aufgehört bei das finale glaube ich die letzten worte waren dass was war als letztes passiert ah genau die karte haben sie verloren die karte ist rumtreibers und hermine kam an und hat gesagt hagrid hat den prozess verloren sie werden seiden schnabel hin richten den großen übergreif weil der herr melfer angegriffen hat genau da waren wir okay dann geht es jetzt weiter mit kapitel 15 das finale also es ist noch nicht das finale von dem buch aber das finale kapitel das heißt so okay dann geht es mal weiter jetzt nicht wundern wenn ich jetzt nicht mehr mit dem chat rede ich wurde nicht so weit weg von dir da musste mir vielleicht mal vorbeikommen dann kriegst du eine live lesung ja wer weiß ob ich ob das so toll ist okay dann viel spaß werde in hessen und bayern und baden-württemberg und berlin und köln und nrw und überall sonst dann viel spaß mal bei dem kapitel ja machen wir mal los jetzt geht's jetzt reißt dann an perfekt ich verlange aber eintritt will chips als eintritt oder cola irgendwas als snack okay let's go das finale er er hat mir das geschickt sagte hermine und hielt einen brief in die höhe harry nahm das feuchte pergament riesige tränen hatten die tinte an manchen stellen sofort sehr verschwimmen lassen dass der brief schwer zu lesen war liebe hermine wir haben verloren ich darf ihn nach hogwarts zurückbringen der tag der hinrichtung steht noch nicht fest london hat schnäbelchen gefallen all deine hilfe für uns werde ich nie vergessen hergret das können sie nicht machen sagte harry das dürfen sie nicht seidenstabbel ist nicht gefährlich melfeis vater hat den ausschuss eingeschüchtert sagte hermine und wischte sich die augen ihr wisst doch wie er ist das ist eine bande tattriger alter dummköpfe und sie hatten angst allerdings gibt es wie immer eine berufungsverhandlung aber ich mache mir keine hoffnungen ändern wird sich nichts oh doch sagte ron grimmig diesmal bist du nicht alleine hermine ich werde dir helfen oh ron sie warf ihre arme um seinen hals und schluchzte verzweifelt ron vollkommen ratlos tätschelte scheu ihren kopf schließlich ließ sie ihn los ron es tut mir wirklich ganz ruhig bei leid wegen kretze schluchzte sie ach ähm es war eh schon ne alte ratte sagte ron offenbar ausgesprochen erleichtert dass sie wieder auf eigenen beiden stand und nicht besonders nützlich wer weiß vielleicht kaufen wir mom und dad jetzt ne eule seit blacks zweitem einbruch waren scharfe sicherheitsvorkehrungen getroffen worden und die drei konnten hagrid abends nicht mehr besuchen die einzige gelegenheit mit ihm zu reden ergab sich in pflege magischer geschöpfe der schock des urteils schien ihm immer noch in den knochen zu stecken ist alles meine schuld hab einfach das bau nicht aufgebracht sitzen alle vor mir in ihren schwarzen umhängen und ich lass ständig meine zettel fallen und vergess alles was du für mich aufgeschrieben hast amine und dann steht auch noch lucius malfoy auf und sagt seinen teil und der ausschuss hat genau das gemacht was er wollte du hast immer noch die berufung sagte ron grimmig gabi gib ja nicht auf wir lassen uns was einfallen nach dem unterricht gingen sie zusammen zurück zum schloss in einiger entfernung auf dem ansteigenden weg sahen sie malfoy mit crabby und goyle der sich immer wieder unter hämischem gelächter zu ihnen umdrehte nützt doch alles nichts ron sagte hagrid traurig als sie die schlosstreppe erreicht hatten lucius malfoy hat diesen ausschuss in der tasche ich kann nur noch dafür sorgen dass es ein schnäbelchen für den rest seiner tage richtig gut geht das schulde ich ihm hagrid drehte sich um er gub das gesicht in sein taschentuch und kehrte rasch zu seiner hütte zurück guck mal wie der flenkt malfoy, crabby und goyle hatten hinter dem schlossportal gestanden und gelauscht hast du jemals sowas erbärmliches erlebt? sagte er malfoy und der soll unser lehrer sein harry und ron gingen zornig ein paar schritte auf malfoy zu doch hermine war schneller klatsch mit aller kraft die sie aufbringen konnte gab sie malfoy ein paar gepfefferte ohrfeigen malfoy zitterten die beine harry, ron, crabby und goyle standen mit aufgerissenen mündern da und wieder hob hermine die hand wag es nicht noch einmal hagrid erbärmlich zu nennen du misker, du schuft hermine sagte ron zaghaft und versuchte ihre hand die noch einmal ausholte festzuhalten lass mich los ron hermine zückte ihren zauberstab malfoy wich zurück crabby und goyle suchten in heilloser verwirrung seinen blick kommt murmelte malfoy und im nu waren alle drei im eingang zu den kerkern verschwunden hermine sagte ron noch einmal verdutzt und beeindruckt zugleich harry, sieh bloß zu dass du ihn im quidditch finale schlägst sagte hermine schrill du musst einfach ich kann es einfach nicht ertragen wenn slithering gewinnt zauberkunst hat schon angefangen sagte ron der hermine immer noch gut klubschäugig anstarrte wir müssen uns beeilen sie rannten die marmortreppe zu professor flithwigs klassenzimmer hoch und traten ein ihr kommt zu spät jungs tadelte sie professor flithwick schnell die zauberstäbe raus wir üben heute auf mutterungszaubern tut euch bitte paarweise zusammen harry und ron eilten zu einem tisch ganz hinten und öffneten die matten ron blickte über die schulter wo ist hermine abgeblieben ach harry sah sich um hermine war nicht mehr ins klassenzimmer gekommen doch harry wusste genau dass sie neben ihm gewesen war als er die tür geöffnet hatte ist ja seltsam sagte harry und starrte ron an vielleicht ist sie aufs klo gegangen doch hermine taucht in dieser stunde nicht mehr auf ein aufmunterungszauber hätte sie auch gut gebrauchen können während sie über das ganze gesicht grinsen zum mittags essen ging der zauber hatte ihnen ein gefühl tiefer zufriedenheit verschafft auch beim essen fehlte hermine als sie ihren apfelkuchen verspeist hatten ließ die wirkung des aufmunterungszaubers langsam nach und harry und ron beschlich allmählich unruhe glaubste melvor hat er was getan sagte ron besorgt wenn sie sie zum griffindorturm hinauf rannten sie kamen an den sicherheitstrollen vorbei sagten der fetten dame das passwort anio und tilado und kletterten durch das porträtloch in den gemeinschaftsraum hermine saß an einem tisch den kopf auf ein aufgeschlagenes aritmantikbuch gelegt und schlief wie ein murmeltier sie setzten sich neben sie harry stupste sie an hermine schreckte hoch und sah sich um was ist sagte sie verwirrt müssen wir gehen was haben wir jetzt wahr sagen aber erst in 20 minuten sagte harry hermine warum warst du nicht in zauberkunst was oh nein kreischte hermine ich hab zauberkunst ganz vergessen und wie konnte das passieren fragte harry du warst doch bei uns als wir vor dem klassenzimmer standen ich kann es nicht fassen klagte hermine war professor flitwick sauer ach es war melfein der hat mich gedacht und völlig den faden verloren weißt du was hermine sagte ron und sah auf den riesigen aritmantikband den sie als kissen benutzt hatte ich glaub du drehst langsam durch du hast dir einfach zu viel vorgenommen nein tu ich nicht sagte hermine strich die haare aus den augen und suchte mit verzweifeltem blick nach ihrer mappe ich hab nur einen fehler gemacht das alles ich sollte am besten zu professor flitwick gehen und mich entschuldigen bis später in wahr sagen sie trafen der mine zwanzig minuten später am fuß der leiter zu professor trelawneys turnzimmer wieder sie sah äußerst mitgenommen aus ich kann es einfach nicht fassen dass ich die aufmutterungszauber verpasst hab und ich wette die kommen in der prüfung dran professor flitwick hat da sowas angedeutet nacheinander kletterten sie die leiter zum dämmerigen stickigen turmzimmer hoch auf jedem der kleinen tische stand eine kristallkugel voll per weißem nebel Harry Ron und Hermine setzten sich zusammen an einen wackeligen tisch ich dachte kristallkugeln kommen erst im nächsten vierteljahr drin murmelte Ron und vergewisserte sich mit misstrauischem blick dass professor trelawney nicht in der nähe stand beklag dich lieber nicht das heißt immerhin dass wir mit handlesen fertig sind zischelte ihm Terry zu es hat mich ganz krank gemacht wenn die bei jedem blick auf meine hände fast in unmacht gefallen ist einen schönen tag wünsche ich euch sagte die vertraute rauchige stimme und mit gewohnt dramatischer geste trat professor trelawney aus dem schatten heraus pavati und lavender die gesichter von milchigen glimmen ihrer kristallkugel leuchtet zitterten vor begeisterung ich habe beschlossen ein wenig früher als geplant mit der kristallkugel zu beginnen sagte professor trelawney setzte sich mit dem rücken zum feuer und blickte in die runde die schicksalsgöttin teilt mir mit dass die prüfung im juni sich ganz um die kugel drehen wird und ich will mich bemühen euch genug erfahrung zu vermitteln Hermine schnaubte hört euch das an die schicksalsgöttin teilt mir mit wer bestimmt denn die prüfungsaufgaben sie selbst eine wahrhaft erstaunliche weissagung Hermine mühte sich nicht einmal die stimme zu dämpfen Harry und Ron antworteten mit glucksendem lachen sie konnten nicht erkennen ob professor trelawney sie gehört hatte denn ihr gesicht war im dunkeln verborgen jedenfalls fuhr sie fort als wäre nichts gewesen das lesen in kristallkugeln ist eine besonders raffinierte kunst sagte sie träumärisch ich erwarte nicht dass ihr schon beim ersten mal sehen könnt wenn ihr in die unendlichen tiefen der kugel schaut wir üben zunächst einmal wie wir unser bewusstes denken und die äußeren augen entspannen Ron begann jetzt haltlos zu kichern und musste sich die faust in den mund stecken um seinen lachenfall zu ersticken damit reinigen wir das innere auge und das überbewusstsein wenn wir glück haben werden ein paar von euch vielleicht am ende der stunde sehen können und so ging es los Harry zumindest kam sich ziemlich dämlich vor während er die kugel stürte und angestrengt versuchte nichts zu denken wo ihm doch ständig dass es blödsinn durch den kopf ging dass Ron immer wieder in ersticktes glucksen ausbrach und termine genervt aufsäuzte war aber auch nicht hilfreich schon was gesehen? fragte Harry nach einer halben stunde stummen kristallkugelstarrens die beiden anderen ja da auf dem tisch ist ein brandfleck sagte Ron und deutete darauf jemand hat seine kerze umgestoßen das ist doch komplette zeitverschwendung fauchte hermine ich könnte inzwischen was nützliches üben zum beispiel aufmutterungszauber nachholen professor trelawney raschelte vorbei möchte jemand dass ich ihm helfe die schatten gestalten in seiner kugel zu deuten murmelte sie unter dem klimpern ihrer armreife ich brauch keine helfe flüsterte Ron ist doch klar was das bedeutet heute nachts wird's ziemlich neblig Harry und Hermine wirrten los ich möchte doch bitten sagte professor trelawney und alle köpfe wandten sich zu ihnen um Pavati und Lavender waren schockiert ihr stört die reinheit der schwingungen sie trat an ihren tisch und spähte in die kristallkugel Harry sang das herz in die hose er war sich sicher was kommen würde hier ist etwas flüsterte professor trelawney und berührte mit der nasenspitze fast die kugel so dass sich ihr gesicht in beiden riesigen brillengläsern spiegelte etwas bewegt sich aber was ist es Harry hätte alles was er besaß mitsamt dem feuerblitz darauf gewettet dass dieses etwas nichts gutes verhieß und tatsächlich mein liebe raunte professor trelawney und blickte zu Harry auf es ist hier deutlicher als je zuvor meine güte es schleicht auf dich zu und kommt immer näher der gr ach zum teufel damit sagte Hermine laut nicht schon wieder dieser lächerliche grimm professor trelawneys riesige augen richteten sich auf Hermines gesicht pavati flüsterte lavender etwas ins ohr und sie starrten Hermine empört an professor trelawney richtete sich auf und musterte Hermine mit unverhohlenem zorn ich muss leider sagen meine liebe bei ihnen war mir auf den ersten blick klar dass sie nicht die begabung besitzen welche die noble kunst des wahrsagens verlangt tatsächlich kann ich mich an keine einzige schülerin erinnern deren geist zu hoffnungslos irdischen dingen zugewandt war für einen moment trat schweigen ein dann schön sagte Hermine plötzlich stand auf und stopfte entnebelungen der zukunft in die schulmappe schön sagte sie noch einmal und warf sich die mappe über die schulter wobei sie fast run vom stuhl fegte ich gib's auf ich gehe und zur verblüffung der ganzen klasse stapfte Hermine hinüber zur falltür öffnete sie mit einem fußtritt kletterte die leiter hinunter und verschwand die anderen brauchte ein paar minuten um zu begreifen was vorgefallen war professor trelawney schienen grimm völlig vergessen zu haben sie wandte sich abrupt von harry und run up und zog schwer atmend den hauchdünnen schal fester um den hals oh sagte lavender plötzlich und alle schreckten auf oh professor trelawney mir ist was eingefallen sie haben sie gesehen sie haben sie gehen sehen nicht wahr wissen sie noch professor um ostern wird einer von uns für immer von uns gehen das haben sie schon von der ewigkeit gesagt professor trelawney schenkte ihr ein munteres lächeln ja meine liebe ich wußte in der tat dass miss granger uns verlassen würde aber man hofft doch immer die zeichen falsch gedeutet zu haben das innere auge kann eine last sein weißt du lavender und parvati schien tief beeindruckt und rückten zusammen damit sich professor trelawney an ihren tisch setzen konnte hermine schafft sie heute alle murmete ron mit ehrfurchtsvoller miene harry zu ja harry starrte in die kristallkugel sah jedoch nichts als wirbel aus weißem nebel hatte professor trelawney wirklich schon wieder den krim gesehen würde er ihn sehen was er jetzt gar nicht brauchen konnte war noch ein lebensgefährlicher unfall jetzt wo das quidditch finale immer näher rückte die osterferien waren nicht gerade erholsam noch nie hatten die drittklässler so viele hausaufgaben zu erledigen gehabt neville longbottom schien einen nervenzusammenbruch nahe und er war nicht der einzige und das nennen sie ferien polterte seamus finnegan eines nachmittags im gemeinschaftsraum bis zu den prüfungen ist doch ewig zeit also was wollen sie eigentlich doch so viel wie hermine hatte keiner zu tun selbst ohne wahrsagen hatte sie mehr fächer als alle anderen meist war sie abends die letzte die den gemeinschaftsraum verließ und am nächsten morgen die erste die in der bibliothek saß sie hatte dunkle ringe unter den augen wie lupin und schien ständig den tränen nahe Ron hatte die verantwortung für seitens schnabels berufungsverhandlung übernommen wenn er nicht für sich arbeitete brütete er über mächtigen wälzern wie handbuch der hippogreifpsychologie und tollheit oder toll wut die übergriffe von hippogreifen er war so sehr in das problem vertieft dass er sogar vergaß gemein zu krummbein zu sein Harry unterdessen musste seine hausaufgaben neben dem täglichen quidditch training erledigen ganz zu schweigen von den endlosen gesprächen mit wut über die spieltaktik die begegnung gryffindor gegen slytherin war für den ersten samstag nach den osterferien angesetzt slytherin führte im aufgabe weitgehend auf harry rute denn der schnatz brachte 150 punkte also darfst du ihn erst fangen wenn wir mit mehr als 50 punkten führen erklärt ihm wood again tag ein tag aus nur wenn wir mit über 50 punkten vorn liegen harry oder wir gewinnen das spiel aber verlieren den pokal das hast du doch begriffen du darfst den schatz erst fangen wenn wir ich weiß oliver fauchte harry sämtliche gryffindors hatten nichts anderes mehr im kopf als das kommende spiel ihr haus hatte den quidditch pokal nicht mehr gewonnen seit der legendäre charlie weasley rons zweitältester bruder als sucher gespielt hatte doch harry fragte sich ob auch nur einer von ihnen wurde eingeschlossen sich so nach dem sieg sehnt wie er die feindschaft zwischen harry und malfoy hat ihren höhepunkt erreicht malfoy hauchte immer noch vor zorn wegen der einseitigen schlammschlacht an rugs meet und war noch zorniger darüber dass harry der strafe irgendwie entgangen war harry hatte malfoys versuch nicht vergessen ihm bei der partie gegen ravenclaw ganz übel mitzuspielen doch es war die sache mit seiden schnabel die ihn so wild entschlossen machte malfoy vor den augen der gesamten schule zu demütigen keiner konnte sich erinnern jemals in so geladene atmosphäre einem spiel entgegen gefieber zu haben am ende der ferien erreichte die spannung zwischen den beiden teams und ihren häusern ihre knisterten höhepunkt in den korridoren brachen kleinere rangeleien aus und es kam schließlich zu einem hässlichen zwischenfall in dessen folge ein viertklässler der gryffindors und ein sechsklässler der slitherins im krankenflügel landeten weil ihnen kräftige lauchpflanzen aus den ohren wucherten harry hat es in dieser zeit besonders schwer er konnte nicht in den unterricht gehen ohne dass jemand slytherin irgendwo auf den gang ein bein stellte wo er auch war crabby und goyle tauchten überall auf und trollten sich mit enttäuschten minen wenn sie sahen dass er von schülern umringt war wood hatten die gryffindors ebenfalls gebeten harry überall hin zu begleiten falls sie slytherins versuchen sollten ihn schon im vorfall lahm zu legen begeistert widmete sich das ganze haus dieser aufgabe und harry war es von nun an unmöglich rechtzeitig zum unterricht zu kommen da er ständig von in einer dicken schnatternden menschentraube umgeben war harry sorgte sich weniger um seine sicherheit als um die des feuerblitzes wenn er ihn nicht flog schloss er ihn in seinen koffer ein und häufig flitzte er in den pausen nach oben in den turm um nachzusehen ob er noch da war am vorabend des spiels ging im gemeinschaftsraum nichts mehr an seinen gewohnten gang selbst hermine hatte ihre bücher beiseite gelegt ich kann nicht arbeiten ich kann mich einfach nicht konzentrieren sagte sie nervös es herrschte ziemlicher Lärm fred und george weasley linderten die anspannung auf ihre weise und gebärdeten sich lauter und ausgelassener als sonst oliver wood hatte sich über ein modell des quidditch fels in der ecke gebeugt schob kleine figuren hin und her und murmelte vor sich hin angelina alicia und katie lachten über die witzlein von fred und george harry saß mit ron und hermine etwas abseits vom geschehen und versuchte nicht an den nächsten tag zu denken denn immer wenn er es tat bekam er das fürchterliche gefühl etwas sehr großes wollte unbedingt aus seinem magen heraus du schaffst das sagte er mine sah dabei jedoch ausgesprochen besorgt aus du hast einen feuerblitz sagte ron ja sagte harry und sein magen verkrampfte sich zu seiner erleichterung richtete sich wood plötzlich auf und rief Leute ins bett harry schlief schlecht erst träumte ihm er war verschlafen und wood rufe wo steckst du statt deiner mussten wir neville nehmen dann träumte er melfoy und das ganze slytherin team würden mit fliegenden drachen zum spiel kommen er flog mit ein paar minuten bis harry einfiel dass das spiel noch gar nicht angefangen hatte dass er wohlbehalten im bett lag und dass es den slytherins sicher verboten würde auf drachen zu spielen er hatte schrecklichen durst so leise er konnte stieg er aus dem himmelbett und goss sich aus der silbernen kanne am fenster ein wenig wasser ein still und ruhig lag das schlossgelände im mondlicht kein windhauch kräuselte die baumspitzen des verbotenen waldes so reglos wie die peitschende weide dastand wirkte sie ganz unschuldig für das spiel morgen herrschten die besten bedingungen harry stellte den becher ab und wollte gerade zurück ins bett als ihm etwas ins auge fiel ein tier schlich über den silbernen glitzenden rasen harry huschte zum nachttisch setzte sich die brille auf und rannte zurück zum fenster bloß nicht wieder der grimm nicht jetzt nicht kurz vor dem spiel er starrte hinaus auf das gelände und suchte hektisch mit den augen ab und da war es wieder es schließt sich jetzt am waldrang entlang der grimm weiß jedenfalls nicht es war eine katze harry erkannte jetzt den buschigen schwanz und umklammerte erleichtert den fensters ins es war doch bloß krummbein aber war es nur krummbein harry presste die nase gegen das fensterglas und sperrte mit zusammengeknüpften augen hinunter krummbein war offenbar stehen geblieben im schatten der bäume bewegte sich noch etwas anderes da war sich harry ganz sicher und schon taucht es auf ein riesiger zottiger schwarzer hund trottet über den rasen krummbein an seiner seite harry riss den mund auf was sollte das bedeuten wenn selbst krummbein den hund sehen konnte wie konnte er dann ein vorbote des todes für harry sein ron zischte harry ron wach auf was denn los ich will wissen was du da unten siehst ist doch völlig dunkel harry murmelte ron dumpf was ist los mit dir dort unten rasch blickte harry wieder aus dem fenster krummbein und der hund waren verschwunden harry kletterte auf den fenstersims um steil hinab in den schatten des schlosses sehen zu können doch vergeblich wo waren sie abgeblieben ein lauter schnarcher sagte ihm dass ron wieder eingeschlafen war tosender beifall empfing harry und die anderen gryffindors spieler am nächsten morgen in der halle harry konnte ein grinsen nicht unterdrücken als er sah dass sie auch an den tischen der ravenclaws und haffelpas klatschten die slytherins zischten laut als sie vorbeigingen harrys augen entgingen nicht dass melfall noch blasser war als sonst wood war beim frühstück damit beschäftigt sein team zum essen zu ermuntern während er selbst keinen bissen anrührte dann bevor die anderen fertig waren scheuchte er sie hinaus aufs spielfeld damit sie sich schon ein wenig umsehen konnten als sie die große halle verließen gab es wieder beifall von allen seiten viel glück harry rief jo chang harry spürte wie er rot anlief okay praktisch kein wind die sonne ist ein bisschen hell das könnte deine sicht stören also pass auf der boden ist heute recht hart gut dann können wir uns schnell abstoßen wood schritt das fell ab und warf seinen leuten immer wieder aufmerksame blicke zu schließlich sahen sie wie in der ferne das schlossportal aufging und bald ergoss sich die ganze schülerschar über den rasen umkleide kabinen sagte wood steif keiner verlor ein wort während sie in ihren scharlachroten umhänge schlüpften harry fragte sich ob es ihnen auch so erging wie ihm er hatte das gefühl als hätte er etwas fürchterlich wuseliges zum frühstück verspeist kaum eine minute schien im vergangen als wood schon sagte gut es ist zeit gehen wir sie marschierten hinaus aufs spielfeld und eine flutwelle aus lärm brannte ihnen entgegen drei viertel der zuschauer trugen scharlachrote bandschleifen schwang scharlachrote fahnen mit dem gryffindor löwen oder hielten spruchbänder in die höhe sieg für gryffindor und löwen für den cup hieß es da hinter den torstangen der slytherins jedoch saßen 200 zuschauer ganz in grün die silberne schlange der slytherins glitzerte auf ihren fahnen und professor snape ebenfalls grün gewandert saß in der ersten reihe und lächelte grimmig und hier kommen die gryffindors rief lee jordan der wie immer das spiel kommentierte potter bell johnson spinet weasley weasley und wood weithin anerkannt als das beste team das hogwarts seit einigen jahren hervorgebracht hat lees bemerkungen ging in einer welle von buhrrufen der slytherins unter und hier ist das team der slytherins geführt von kapitän flint er hat einige änderungen in der ausstellung vorgenommen und scheint jetzt weniger auf können als auf kraft zu setzen wieder boot er die kurve der slytherins harry jedoch kam es so vor als hätte die durchaus recht melfoy war eindeutig der kleinste im team der slytherins die anderen waren riesig begrüßt euch kapitäne sagt er mit dem hutsch flint und wood trafen aufeinander zu und packten sich an den händen so fest als wollten sie die finger brechen besteigt eure besen sagte mit dem hutsch drei zwei eins der gellende pfiff ging ihm rauen der männer unter und die vierzehn besen stiegen in die luft harry wehte das haar aus der stirn jetzt da er flog begann seine nerven zu flirren er blickte sich um und sah dass mel vor ihm folgte er beschleunigte scharf und machte sich auf die suche nach dem schnatz und jetzt ist griffindor im ballbesitz alicia spinnett mit dem quarfel sie fliegt direkt auf die torsteine der slytherins zu sieht gut aus alicia nein quarfel abgefangen von warrington warrington von der slytherins rast jetzt in die gegenrichtung ouch josh wiese hat da schön mit dem klatscher gearbeitet warrington lässt jetzt den quarfel fallen er wird gefangen von johnson griffindor wieder im ballbesitz komm schon angelina hübscher schlenker montaigne duck dich angelina da kommt ein klatscher sie macht das tor 10 zu 0 für griffindor angelina stieß mit der faust in die luft und flog über die tribün hinweg das schalerrote meer in die tiefe tobte vor begeisterung ouch marcus flint stieß mit ihr zusammen und angelina schleuderte es fast vom besen entschuldigung sagte flint als die menge unten zu buhen anfing tut mir leid hab sie nicht gesehen doch schon hatte ihn fred weasley mit seinem schläger auf den hinterkopf gehauen flints nase knallte gegen den besenstiel und fing an zu bluten das reicht jetzt sagte mit dem hutsch und raus steht dazwischen strafstoß für griffindor wegen einer willkürlichen attacke auf ihre jägerin strafstoß für schlägerin wegen mutwilliger verletzung ihres jägers das ist doch unsinn miss heute fred doch madame hutsch blies in ihre pfeife und elisha flog nach vorne um den strafstoß auszuführen elisha du machst es schrie lee in die stelle hinein die sich über die menge gesenkt hatte ja sie hat den torhüter geschlagen 20 zu 0 für griffindor harry riss den feuerblitz scharf herum und sah flint der immer noch heftig aus der nase blutete nach vorne fliegen um den strafstoß für die slitherins auszuführen wood schwebte mit zusammengebissenen zähnen vor den torstang der griffindors natürlich ist wood ein exzellenter torhüter verkündete lee jordan aus dem publikum während flint auf madame hutsch pfiff wartete klasse sehr schwer den ball vorbeizukriegen wirklich ganz schwer ja ich kanns kaum glauben er hat ihn gehalten erleichtert flog harry davon und hielt wieder ausschau nach dem schnatz lauschte dabei allerdings jedem wort von lee entscheidend war dass er melfall vom schnatz fernhielt bis griffindor mit mehr als 50 punkten führte griffindor wieder im ball besitzen nein wieder griffindor und diesmal mit katie bell katie bell für griffindor mit dem quaffel sie rauscht das spielfeld hoch das war absicht montaic ein jäger der slitherins war katie in die quere geflogen und statt den quaffel zu schnappen hat er sie am kopf gepackt katie drehte ein paar saltos und schaffte es auf dem besen zu bleiben ließ jedoch den quaffel fallen wieder ertönte madame hootspfiff sie flog hinüber zu montaic und begann laut mit ihm zu schimpfen kurze zeit später hatte katie einen weiteren strafstoß gegen den hüte des lyrans verwandelt 30 zu 0 was sagt er jetzt ihr dreckigen falsch spielenden jordan wenn sie das spiel nicht unparteiisch kommentieren können dann ich sag nur die wahrheit professor so harry überkam jetzt eine fiebrige erregung er hatte den schnatz gesehen unten am fuß eines torpfostens der griffindors schimmerte er doch er durfte ihn noch nicht fangen und well melfoy ihn sah harry tat so als wäre plötzlich auf etwas aufmerksam geworden riss seinen feuerblitz herum und raste auf das tor der slitherins zu und es klappte melfoy jagte ihm nach und glaubte offensichtlich harry hätte den schnatz dort gesehen wusch einer der klatscher geschlagen von derrick dem riesenhaften treiber der slitherins rausstehen harrys rechtem ohr vorbei und im nächsten moment wusch der zweite klatscher hatte harrys ellenbogen gestreift der andere treiber bowl hat ihn auf ihn zugerlegt harry sah sie kurz aus den augenwinkeln bowl und derrick kamen zangengleich mit erhobenen schlägern auf ihn zugerast in letzter sekunde riss er den feuerblitz in die höhe und bowl und derrick krachten zusammen mit einem geräusch das harry sich am liebsten übergeben hätte haha tukte lee jordan während sich die beiden treiber der slitherins die hände an den köpfen aus ihrer verknäulung lösten so ein pech jungs da müsst ihr früher aufstehen wenn ihr einen feuerblitz schlagen wollt und wieder gryffindor mit johnson im kocher besitzt flint neben ihr stich ihm ins auge angelina war nur ein scherz oh nein flint ist jetzt dran flint rast auf die torstangen der gryffindors zu komm schon wutsch halt doch flint hatte getroffen in der slitherin kurve brach jubel aus und lee begann so übel zu fluchen dass professor mcgonagall anstalten machte ihm das magische megaphon zu entreißen tu mir leid professor entschuldigung wird nicht wieder vorkommen also gryffindor in führung 30 zu 10 und gryffindor im ballbesitz das wurde allmählich die schmutzigste partie die harry je erlebt hatte wütend weil gryffindor so früh in führung gegangen war war den studerns rasch jedes mittel recht um sich den quaffel zu sichern bowl versetzte alicia einen hieb in dem schläger und versuchte sich damit rauszuregen er habe geglaubt sie wie ein klatscher george weasley stieß bowl zur vergeltung mit dem ellenbogen ins gesicht bei dem hutsch sprach beiden team strafstürze zu und wutschaffte noch einmal eine glanzparade schließlich stand es 40 zu 10 für gryffindor der schnatz war längst wieder verschwunden melfoy hielt sich weiterhin an harry der flog über den anderen dahin und hielt ausschau nach dem kleinen ball denn sobald gryffindor 50 punkte vorne lag jetzt hatte katie getroffen 50 zu 10 fred und george weasley surrten mit erhobenen schlägern um sie herum damit keinen slytherin auf den gedanken kam sich zu rächen bowl und derrick nutzten das aus um beide klatscher gegen wood zu schmettern sie trafen ihn kurz nacheinander in die magengegend und wood vollkommen groggy kippte zur seite weg und konnte sich gerade noch an sein besen klammern madam hutsch war außer sich ihr sollt den torhüter nicht angriffen außer wenn der quaffel im torraum ist schrie sie bowl und derrick an strafschuss für gryffindor und angelina verwandelte 60 zu 10 sekunden später schmetterte fred weasley ein klatscher gegen warrington und schlug ihm den quaffel aus den händen alicia packte ihn und trieb ihn ins tor der slytherns 70 zu 10 die gryffindor fans unten auf den rängen schrien sich heiser gryffindor lag mit 60 punkten vorne und wenn harry den schnatz jetzt fing hätten sie den pokal gewonnen harry spürte fast körperlich wie hunderte von augen ihm folgten während er um das feld herum sauste hoch über den anderen spielern nur mit melfeuern auf den fersen und dann sah er ihn sieben meter über ihm glitzerte der schnatz harry verlangte jetzt alles von seinem feuerblitz der wind raus stiemen die ohren er streckte die hand aus doch plötzlich erlarmte der besen entsetzt drehte er sich um melfeu hatte sich nach vorne geworfen den des feuerblitzes gepackt und zerrte ihn zurück du harry war so zornig dass er melfeu geschlagen hätte wenn er nur an ihn herangekommen wäre melfeu keuchte vor anstrengung und hielt sich verbessern fest doch seine augen funkelten bösartig er hatte geschafft was er wollte der schnatz war erneut verschwunden strafstoß strafstoß für griffindor ein so übles faulspiel habe ich noch nie erlebt kreischte madem hutsch und schoss in die höhe während sich melfeu auf seinem bus 2001 zurückgleiten ließ du betrügerestes schwein holte lee jordan ins megafon und huschte vorsorglich aus reichweite von professor mcgonagall du dreckiges fieses a doch professor mcgonagall scherte sich nicht darum die einen rüffel zu erteilen wütend schüttelte sie die fäuste in richtung melfeu der hut fehler vom kopf und jetzt schrie sie vor zorn elisha übernamm den strafstoß doch sie war so zornig dass sie ein paar meter daneben schoss die gryffindors wurden zunehmend nervös und die slytherins entzückt über melfoys fallen harry schwangen sich zu glanzleistungen auf slytherin im spiel schwangen sich zu glanzleistungen auf slytherin im spiel slytherin auf dem weg zum tor montaig trifft die stöhnte auf siebzig zu zwanzig für gryffindor harry klug jetzt so dicht neben melfoy dass sich ihre knie berührten er würde ihn nicht noch einmal in der nähe des schnatzes lassen lass das butter rief melfoy gereizt als er einen wendeversuch unternahm und harry ihn abblockte angelina johnson holt den quaffel für gryffindor mach schon angelina mach schon harry drehte sich um alle slytherin spieler außer melfoy flogen auf angelina zu selbst der torhüter sie wollten sie abblocken harry riss den feuerblitz herum bückte sich so tief dass er flach auf dem besenstiel lag und legte los wie eine kugel schoss er auf die slytherins zu ah sie sturm auseinander als sie den feuerblitz auf sich zu rasen sahen angelina hatte freie bahn sie trifft tor tor griffindor führt jetzt 80 zu 20 harry der fast kopfüber in die ränge getrudelt wäre bremste mitten in der luft ab machte kehrt und schoss zurück in mitte des feldes und dann sah etwas das ihm das herz stehen ließ melfoy melfoy im sturz flug und siegesgewissheit auf dem gesicht dort unten wenige meter über dem gras ein kleiner goldenschimmernder fleck harry peitschte den feuerblitz in die tiefe doch melfoy hatte einen gewaltigen vorsprung los 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 drängte harry sein besen sie kam melfoy näher jetzt harry legte sich flach auf seinen besenstiel und entkam damit einen klatsch auf den bowl jetzt war er an melfoys fersen er war gleich auf harry warf sich nach vorn nahm beide hände vom besen stieß melfoys arm beiseite und ja harry riss den besen aus dem sturz flug die hand mit dem schnatz in der luft und das stadion explodierte er zischte über die menge hinweg ein merkwürdiges klingen in den ohren und hielt den goldenen ball fest umklammert der mit seinem fügelchen hoffnungslos gegen seine finger schlug dann raste wood auf ihn zu halb geblendet von tränen er packte harry am arm und ließ sich hemmungslos schluchzens gegen seine schulter sinken fred und george klopften ihm auf den rücken dass es richtig weh tat dann hörte angelina alicia und katie rufen wir haben den pokal wir haben den pokal die vielen arme zu einem einzigen knäuel verschlungen sank das gryffindor team unter heiseren schreien zurück zur erde welle um welle scharlachrote anhänger ergoss sich über die absperrungen aufs feld hände regneten auf ihre rücken herunter harry nahm verschwommen war wieder lärm anschwollen und die körper auf ihn eindrang dann wären er und die anderen spieler auf den schultern der menge jetzt da er wieder etwas sehen konnte erkannte hagrid bepflastert mit scharlachroten bandstreifen du hast sie geschlagen harry du hast sie geschlagen warte nur bis ich seinen schnabel erzählt hab percy sprang wie verrückt percy sprang wie verrückt in die luft und hatte jede würdevolle zurückhaltung abgelegt professor mcgonagall schluchzte noch herzergreifender als selbst wood und wischte sich mit einem bettuch großen gryffindorfhane die augen und dort kämpften sich run und termine zu ihm durch sie brachten kein wort heraus sie strahlten nur während harry zu den rängen getragen wurde wo dumbledore mit dem mächtigen quidditch pokal auf sie wartete wäre doch nur ein dementer unterwegs gewesen als der schluchzende wood den pokal an harry weiterreichte hatte er das gefühl jetzt könnt ihr den besten patronus der welt hervorbringen so es war kapitel 15 ja das finale das war doch mal ein finale ganz schön spannend und seid ihr seid ihr für team gryffindor oder seid ihr team slytherin slytherin kommt ja meistens nicht so gut weg in der geschichte aber vielleicht hat es ja trotzdem ein paar supporter hier paar fans unter euch die slytherins slytherin fans sind zumindest was quidditch angeht jetzt gucke ich mal kurz in chat ein paar minuten pause und dann machen wir mit dem nächsten kapitel weiter jetzt muss ich gerade mal gucken das nächste kapitel heißt professor trelawney vorhersage so wie schreibt man das überhaupt che oh nix passt das überhaupt noch dahin ja ein bisschen knapp naja irgendwie so alles bisschen sehr äh naja schon okay weiß die vielleicht ist die anreihung hier ein bisschen dumm vielleicht soll ich das runter machen naja ihr seid immer für den underdog ach hier guck mal einer ist oder eine ist für slytherin noch einer für slytherin ja genau was ist euer euer liebstes hogwartshaus ich mache noch ein paar minuten pause wie gesagt wir machen gleich noch ein kapitel meine stimme muss sich noch ein bisschen erholen wie kann man hier konnte man doch irgendwie wie ähm weiß ich nicht mal wie das genau ging hier ähm wie schreibe ich das denn Gott ich weiß nicht wie man das schreibt Moment wenn das hier nicht peinlich wird ähm da wenn ihr wollt könnt ihr mal abstimmen welches Haus ihr werdet oder welches Haus ihr mögt würde mich mal interessieren weil Gryffindor kommt ja immer am besten weg aber das wird ja auch in der Geschichte natürlich so geschrieben ne soll ja sympathisch sein so ein paar sind schon schlafen gegangen sehe ich gerade im Chat den konnte ich jetzt nicht gute Nacht sagen aber ist ja auch schon Zeit schon halb zwölf das ist kein Quidditch das Krieg ja das kommt ja manchmal schon so vor ne und ich glaube das ist ja wie Fußball also bei Fußball drehen manche Leute ja auch komplett durch da verstehen manche Leute ja auch keinen Spaß mehr äh kloppen sich oder zünden Autos an oder was auch immer streiten sich mit der Familie und Freunden obwohl es nur Fußball ist irgendwelche Derbys gibt es ja auch gibt es auch in anderen Sportarten Boxen vielleicht auch aber klar so Fußball ist zum Beispiel auch so ein Massenphänomen glaube ich also ein paar sind schlafen gegangen oder schlafen vielleicht gerade ein führt alle die jetzt nochmal dazu gekommen sind wir machen gleich weiter mit Kapitel 16 in 2-3 Minuten solange könnt ihr mal auch den Stream liken dann wird er noch mehr Leuten angezeigt das ist gut für den YouTube Algorithmus freut mich dass wir dass dir oder euch die Videos und Streams gefallen das hat mich das motiviert einen weiterzumachen du hast es mal wieder mitbekommen ja natürlich ein paar sind gegangen Ravenclaw ohaha hätte ich nicht gedacht aber eine überraschende ich glaube sogar Mehrheit für Ravenclaw krass Ravenclaw waren doch die schlauen Leute Ravenclaw war doch also äh sehr weiß nicht smarte Leute oder so belesene Leute ich weiß nicht mehr genau Gryffindor waren ja mutige Leute oder ehrliche Leute oder so Hildenhaft Slytherin war ja böse war ja die dunkle Seite und Hufflepuff glaube ich waren einfach so die Leute die sonst irgendwo nicht reingepasst haben gute Frage aber wenn ihr alle Ravenclaw seid dann 40% von euch ok ihr könnt noch kurz abstimmen dann mache ich gleich den Poll wieder zu die Umfrage freut mich sehr dass es dir gefällt oh Gott Marj Triox ich kann ich manchmal nicht so gut aussprechen es tut mir leid aber du weißt wer gemeint ist mache ich natürlich sehr gerne macht mir auch Spaß ich finde auch die Bücher sehr schön aber ich lese sonst auch öfter und keine Ahnung dann noch ein Buch extra aufzuheben so abends habe ich manchmal ehrlich gesagt einfach nicht so Lust aber wenn man dann so einen Stream macht dann dann macht das auch schon Spaß und man kann die ganzen Bücher die kennen die ja schon alle auswendig als ich ein Kind war habe ich die immer gelesen und auch gehört das ist natürlich schön wenn man das dann nochmal aber jetzt ist es eigentlich sogar ausgeglichen ich mache mal gleich den Poll zu Ende das freut mich doch dass das hilft ich meine es gibt ja auch jetzt schon zwei ganze Videos die gehen ja irgendwie sechs Stunden oder acht Stunden oder so und da jetzt gibt es auch noch einige Livestreams von dem dritten Teil da hat man schon einiges an Material habe ich das Gefühl eigentlich Solutions aber du magst die Leute nicht ja musst du dich entscheiden du bist noch wach sehr gut wie viele Kapitel gibt es ich weiß es nicht genau wir sind jetzt auf Seite 328 von 450 also knapp bei über zwei Dritteln keine Ahnung knapp 100 Seiten noch ich glaube wenn wir das Kapitel um haben dann sind es noch genau 100 Zeiten also wir sind gut dauert nicht mehr so lange nochmal den Poll zu Ende wenn jetzt alle abgestimmt hat den Poll und so sieht man jetzt gegebenenfalls so da oha guck mal hier Dravendor und Ravenclaw sind auf einem Platz 35 und 35 70 Prozent sind bei den äh schlauen oder bei den mutigen und einige von euch sogar 22 Prozent jeder Fünfte ist bei Slytherin also doch nicht so unbeliebt haben wir hier haben wir ein paar äh Zuschauer gehabt die da mit gefiebert haben für Slytherins die haben sich grad nicht so gefreut dass Gryffindor gewonnen hat kann das sein Slytherin ist nicht so böse sondern eben als schlau ja ich glaube schlaue Leute haben halt vielleicht äh nutzen ihre Talente vielleicht manchmal ähm für nicht so nette Sachen und haben damit halt mehr Erfolg als nicht so schlaue Leute vielleicht ähm aber ich wüsste jetzt auch nicht listig listig nicht böse ja gut da kenn ich mich jetzt nicht mehr so aus ich hab auch ich wollte gar nicht so ausdrücken dass Slytherin unbedingt böse ist nur ähm die Charaktere die man da halt so ähm so die ganzen Kreditspieler gerade die waren jetzt ja nicht so nett und auch Draco Malfoy kommt jetzt bisher noch nicht so gut weg vielleicht ist es später anders in den anderen Büchern aber bisher ist er jetzt noch nicht so der nette Typ von nebenan okay dann mach ich das auch machst du nach dem Buch mit Falker ich weiter ja ich denke schon ich weiß jetzt nicht äh wenn wir hier fertig sind ich denke in nicht allzu ferner Zukunft sind wir da auch mal mit dem Buch hier durch äh jetzt haben wir Januar boah das müsste eigentlich schon locker vor äh wann ist denn ähm Dings äh Ostern das ist doch April oder März also eigentlich bis dahin müsste eigentlich das Kapitel fertig sein wahrscheinlich irgendwann davor ich weiß es nicht genau vielleicht zum Valentinstag aber äh kann ich jetzt nicht versprechen wahrscheinlich eher danach Gryffindor, Moods, Slytherin, List, Hufflepuff, Freundschaft, Ravenclaw, Weisheit ach ihr habt das gehört vom Experten also könnt ihr euch äh nehmen was ihr wollt entscheiden Listig im Sinne von Gerissen und Ravenclaw schlau wie Hermine ja das wundert mich manchmal auch dass sie nicht ähm in Ravenclaw gelandet ist aber hätte wahrscheinlich einfach nicht gepasst weil sie da nicht mit Harry abhängen kann den ganzen Tag Slytherin ist total toll er ist auch nicht so der nette Nachbar von dem Mann ja glaub auch nicht okay ich schau mal kurz einen Moment wie viel das das ist ungefähr so lang wie das andere Kapitel plus minus Malfoy ist halt auch der Sohn des Vaters ja das ist halt so ne wenn der Papa so ein Bösewicht ist und dir das vorlebt ich glaub ich weiß gar nicht ich glaub Drago an sich ist ja vielleicht gar nicht so gemein von Natur aus aber ich glaub die Erziehung spielt da schon viel mit rein und wenn das halt sein Umgang ist und er da so aufwächst dann ich mein wie als in den Jahr 13 glaub ich im dritten Teil da ist man noch nicht so weise und reflektiert ich glaub als Kind ja von den bloßen Eigenschaften vielleicht schon wie kann ich so lange lesen ohne heiser zu werden kann ich nicht wirklich ich trinke gerade einen Tee und ich mache eine kleine Pause und das muss dann reichen ich meine wenn meine Professorin oder eure Lehrer oder wer auch immer Vorträge halten dann reden die auch stundenlang dann muss das irgendwie gehen das geht halt nicht jeden Tag aber ab und zu geht das schon kennst du alle Teile ja ich kenne alle Teile also von Harry Potter zumindest die neuen Sachen kenne ich nicht wirklich da gibt es ja noch andere Bücher aber die habe ich jetzt leider nicht mehr so verfolgt alles mögliche gibt es ja inzwischen aber von den ersten sieben Büchern kenne ich alle Teile ja habe ich auch alle schon gelesen oder gehört gut dann lesen wir jetzt mal gleich weiter ich guck noch einmal kurz in den Chat dann geht es mal weiter wirklich schlaue Leute sind selten so mutig wie Hermine ja das ist vielleicht wahr jeder hat ja so herausragende Eigenschaften dass man vielleicht schlau ist und mutig beides ausgeprägt das ist vielleicht echt nicht so häufig wer sind die anderen Hausleger von den Häusern das weiß ich jetzt auch nicht genau aus dem Kopf raus das könnt ihr gerne mal vielleicht weiß das jemand im Chat einer von euch war doch so ein Profi hier genau dann gehen wir schlafen gute Nacht alle die jetzt einschlafen oder schlafen gehen wünsche ich euch eine gute Nacht ansonsten jetzt mal viel Spaß im zweiten Teil oder im nächsten Kapitel im zweiten Kapitel so ja Muskeln genau also mir fällt es jetzt auch schon leichter als in den ersten bei Steiner Weisen die ersten Videos wobei ich die auch offline aufgenommen habe da habe ich auch mehrere Takes gemacht das kann ich jetzt im Livestream nicht wirklich dafür lese ich mich auch manchmal dass es auch das Gemeine ist gar nicht mal das Lesen sondern diese gemischte deutsche englische Sprache die ganzen Namen die da da und Englisch sind das bringt einen wirklich raus weil du bist grad so du liest auf Deutsch vor und dann sind da lauter englische Namen dann neigst du dazu entweder deutsche Namen Englisch auszusprechen oder englische Namen Deutsch auszusprechen das ist ein bisschen also wenn man still liest das ist das eine aber wenn man das so vorliest dann muss man sich da ein bisschen konzentrieren du hast schon 24 Zauberstäbe das ist bestimmt eine richtige Sammlung das wäre mir neidenswert gut Professor Flitwick ja kann sein ok ja mein Bizeps habe ich auch trainiert ich habe überall Muskelkater vom Wochenende oder von den letzten Tagen alles tut mir weh selbst mit meinem Popo bei mir hinsitzen aber andererseits weiß man dann dass das Training wenigstens effektiv war auch wenn das glaube ich so ein kleiner Mythos ist aber man spürt es auf jeden Fall und morgen habe ich dann Muskelkater im Hals in den Stimmbändern Kräuterfrau ok ah ja genau Professor Sprout gut dann machen wir mal weiter habe ich schon reingeschrieben ja Professor Trilonis Vorhersage das war die mit den Glaskugeln jetzt werden wir mal gespannt was sie wieder für eine Vorhersage macht Professor Trilonis Vorhersage mindestens eine Woche lang schweigte Harry im Glück selbst der Himmel schien ihren Pokalsieg zu feiern der Juni brach an die Wolken verzogen sich und es wurde schwül und alle hatten nur noch Lust über die Wiesen zu schlendern und sich mit ein paar grüben eiskalten Kürbissafts ins Gras zu fälzen hin und wieder konnte man vielleicht eine Partie Kobelstein spielen oder dem Riesenkragen zusehen wie er traumverloren durch den See kreulte doch es ging nicht die Prüfungen standen bevor und anstatt draußen zu faulenzen mussten die Schüler im Schloss bleiben und sich die Hirne zermattern während durch die offenen Fenster verlockend die sommerlichen Lüfte hereinwehten selbst Fred und George Weasley hatte man arbeiten sehen bald würden sie den ersten Z.A.G. Zauberer Grad schaffen Percy bereitete sich auf den UTZ ein unheimlich toller Zauberer vor den höchsten Abschluss den Hogwarts zu bieten hatte da Percy sich beim Zaubereien im Mysterium bewerben wollte brauchte er die besten Noten er wurde zusehends fuchsiger und brummte jedem schwere Strafen auf der die abendliche Ruhe im Gemeinschaftsraum störte nur eine Schülerin hatte noch mehr bambevolle Prüfungen und das war Hermine Harry und Ron hatten es längst aufgegeben sie zu fragen wie sie es schaffte mehrere Fächer gleichzeitig zu belegen doch als sie ihre Liste mit dem Prüfungstermin sahen konnten sie sich nicht mehr zurückhalten in der ersten Spalte hieß es Montag 9 Uhr Arithmatik 9 Uhr Verwandlung Mittagessen 13 Uhr Zauberkunst 13 Uhr Alte Runen Äh, Hermine? sagte Ron behutsam weil sie in den vergangenen Tagen gerne explodierte wenn man sie unterbrach Ähm, bist du sicher, dass du diese Prüfungszeiten richtig abgeschrieben hast? Was? fauchte Hermine, nahm ihren Plan zur Hand und warf einen Blick darauf Ja, stimmt doch alles Hat das irgendeinen Sinn, dich zu fragen, wie du in zwei Prüfungen zugleich sitzen willst? fragte Harry Nein sagte Hermine knapp Hat einer von euch meine Numerologie und Grammatika rumliegen sehen? Ach ja, ich wollte im Bett noch ein wenig lesen und hab's mir ausgeliehen sagte Ron, wenn auch recht leise Hermine krammte unter ihren vielen Pergamentstapel nach dem Buch In diesem Moment raschelte es am Fenster und Hedwig flatterte mit einer Nachricht im Schnabel herein Von Hagrid, sagte Harry und riss den Umschlag auf Die Berufungsverhandlung von Seilen Schnabel findet am 8. Juni statt Das ist doch unser letzter Prüfungstag, sagte Hermine, während sie immer noch nach ihrem Arimante buchstöberte Sie kommen dafür eigens her, sagte Harry und las weiter aus dem Brief vor Jemand vom Zalbereiministerium und... und ein Henker Hermine blickte verdutzt auf Sie bringt den Henker mit zur Berufung? Es klingt doch, als hätten sie sich schon alles entschieden Ja, allerdings, sagte Harry langsam Das können sie nicht machen, heulte Ron Ich hab Ewigkeiten gebraucht, um für Hagrid diesen Wälzer durchzuarbeiten Das können sie nicht einfach abtun Doch Harry hatte das schreckliche Gefühl, dass der Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe die Sache bereits entschieden hatte, ganz so, wie Mr. Malfoy es wollte Dracoy, seit dem Triumph der Gryffindors im Quidditch auffallend kleinlaut, schien in den folgenden Tagen wieder ganz das All großmaul zu werden Nach hermischen Bemerkungen zu schließen, die Harry mithörte, war sich Malfoy sicher, dass Seilen Schnabel hingerichtet würde und war offenbar höchst zufrieden mit sich, weil er selbst alles angezettelt hatte Bei solchen Gelegenheiten konnte sich Harry nur mit Mühe davon abhalten, dass Hermine gleich zu tun und Malfoy ein paar Ohrfeigen zu verpassen Und das Schlimmste war, dass sie weder Zeit noch Gelegenheit hatte, Hagrid zu besuchen Denn die streng neuen Sicherheitsregeln waren nicht aufgehoben worden und Harry traute sich nicht, seinen Tarnumhang aus dem Geheimgang unter der einrückigen Hexe zu holen Die Prüfungswoche begann und eine unnatürliche Stille breitete sich im Schloss aus Montag um die Mittagszeit kamen die Drittklässler aus Verwandlung Ausgelaucht und mit bleichen Gesichtern verglichen sie ihre Ergebnisse und klagten, wie schwer die Aufgaben diesmal gewesen seien Zum Beispiel mussten sie eine Teekanne in eine Schildkröte verwandeln Hermine ärgerte sie alle, weil sie sich darüber aufregte, dass ihre Schildkröte eher wie eine Kröte ausgesehen habe Worüber die anderen mehr als froh gewesen wären Mein hatte den Schnabel der Teekanne als Schwanz, ein Albtraum war das Sollten die Schildkröten eigentlich Dampf auspusten? Mein hatte diese chinesische Porzellanmannerei auf dem Schild Glaubt ihr, sie ziehen mir dafür Punkt ab? Dann, nach einem hastigen Mittagessen, ging es gleich wieder nach oben zur Prüfung in Zauberkunst Hermine hatte recht gehabt Professor Flitwick prüfte sie tatsächlich in Aufmutterungszaubern Harry, nervös wie er war, trieb es ein wenig zu weit Ron, sein Partner, fing aufgedreht an zu lachen und konnte sich nicht mehr einkriegen sodass man ihn schließlich zum Abkühlen in ein ruhiges Zimmer bringen musste, bevor er selbst die Prüfung ableben konnte Nach dem Abendessen kehrten sie rasch zurück in ihren Gemeinschaftsraum nicht etwa um sich zu entspannen, sondern um für pflegemagische Geschöpfe, Taubertränke und Astronomie zu büffeln Harry nahm die Prüfung am nächsten Morgen mit ausgesprochen besorgter Miene ab Mit dem Herzen schien er ganz woanders zu sein Er hatte für die Klasse einen großen, super frischer Flubberwürmer vorbereitet und erklärte ihnen, wenn sie die Prüfung bestehen wollten, müssten die Würmer nach einer Stunde immer noch am Leben sein Da Flubberwürmer am besten gediehen, wenn man sie vollkommen in Ruhe ließ, war das die leichteste Prüfung ihres Lebens und zudem hatten Harry, Ron und Hermine genug Zeit, um mit Hagrid zu sprechen Schnäppelchen ist ein wenig trübselig, berichtete Hagrid, der sich tief gebückt hatte und so tat, als schau er nach, ob Harrys Flubberwurm noch lebte Es ist schon so lange eingesperrt, aber was soll man machen? Übermorgen, wissen wir es So oder so Am selben Nachmittag hatten sie Zaubertränke und das war schlichtweg eine Katastrophe Harry konnte tun, was er wollte, er schaffte es einfach nicht, sein Verwirrungselixier einzudicken Snape beobachtete ihn, heimtückischen Vergnügen und bevor er weiter ging, machte er einen Kringel auf sein Blatt, das verdächtig wie eine Sechs aussah Um Mitternacht war Astronomie dran, oben auf dem höchsten Turm Geschichte der Zauberei war Mittwochmorgen und Harry kritzelte alles, was Florian Fortescue eben je über die mittelalterliche Hexenverwaltung erzählt hat Während er sich in diesen stickigen Klassenzimmer nichts sehnlicher wünschte, als ein Becher von Fortescue's Kokosnuss Eis vor sich zu stehen zu haben Mittwochnachmittag war die Prüfung in Kräuterkunde, in den nächsten Gewächshäusern unter der glühend heißen Sonne Dann ging es mit sonnenverbrannten Nacken sofort zurück in den Gemeinschaftsraum, wo sie sehnsüchtig schon an Freitagnachmittag dachten, wenn alles vorbei sein würde Die vorletzte Prüfung am Donnerstagmorgen war Verteidigung gegen die dunklen Künste Professor Lupin hatte die ungewöhnlichste Aufgabe von allen vorbereitet Eine Art Hindernisrennen draußen in der Sonne Sie mussten durch einen tiefen Tümpel stopfen, in dem ein Grindelloh lauerte Eine Reihe von Erdlöchern voller Rotkappen überqueren Durch ein sumpfiges Feld warten und dabei die irreführenden Wegangaben eines Hinkepunks missachten Und schließlich in einen alten Schrankkoffer klettern und sich mit einem neuen Irrwicht herumschlagen Hervorragend, Harry, murmelte Lupin, als Harry grinsend aus dem Koffer stieg Voller Punktzahl Mit freudig geröteten Wangen blieb Harry noch eine Weile, um Ron und Hermine zuzusehen Ron kam gut voran, bis er auf den Hinkepunk traf, der es schaffte, ihn so zu verwirren, dass er hüfthoch im Morast versank Hermine gelang alles tadellos, bis sie zum Koffer mit dem Irrwicht kam Nach einer Minute im Innern platzte sie schreiend heraus Hermine, sagte Lupin verblüft Was denn los? Professor McGonagall, stammelte Hermine und deutete auf den Koffer Sie sagte, ich sei überall durchgerasselt Es dauerte eine Weile, bis Hermine sich wieder gefangen hatte Unterwegs zurück zum Schloss kicherte Ron immer noch ein wenig über ihren Irrwicht Doch angesichts dessen, was sie oben am Portal erwartete, kam es nicht zum Streit Dort stand Cornelius Fatsch, leicht schwitzend in seinem Nadelstreifenumhang und spät über das Land Er stutzte, als er Harry erkannte Hallo Harry, sagte er Du kommst von einer Prüfung, nicht wahr? Hast du es bald geschafft? Ja, sagte Harry Hermine und Ron, die noch nie mit dem Zaubereiminister gesprochen hatten, hielten sich verlegen im Hintergrund Schöner Tag, sagte Fatsch und ließ die Augen über den See wandern Ein Jammer, wirklich ein Jammer Er seufzte tief und sah zu Harry hinunter Ich bin wegen einer unangenehmen Aufgabe hier, Harry Der Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfer braucht einen Zeugen für die Hinrichtung eines verrückten Hippogreifs Da ich ohnehin in Hogwarts vorbeischauen musste, um mich in Sachen Blackout umzutun, wurde ich gebeten, einzuspringen Soll es heißen, die Berufungsverhandlung ist schon vorbei? Warf Ron ein und trat einen Schritt vor Nein, 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 sie ist für heute Nachmittag angesetzt, sagte Fatsch und sah Ron neugierig an Dann werden sie ja vielleicht gar keine Hinrichtung bezeugen müssen, sagte Ron beherzt Der Hippogreif könnte ja freigesprochen werden Bevor Fatsch antworten konnte, traten hinter ihm zwei Zauberer durch das Schlossportal Der eine war so steinalt, dass er vor ihren Augen zu verwittern schien Der andere war groß und rüstig und hatte einen dünnen schwarzen Schnurrbart Harry vermutete, dass sie zum Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe gehörten Denn der steinalte Zauberer spähte hinüber zu Hagrids Hütte und sagte mit dünner Stimme Meine Güte, ich werde langsam zu alt für diese Geschichten Ist doch schon zwei, nicht wahr, Fatsch? Der Mann mit dem schwarzen Schnurrbart nestelte an seinem Gürtel Harry sah näher hin und erkannte jetzt, dass er mit seinem breiten Daumen und der schimmernden Klinge eines Beils entlang fuhr Ron öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch Hermine stieß ihm heftig in die Rippen und nickte mit dem Kopf zum Eingang Warum hast du mich aufgehalten? sagte Ron wütend, als sie zum Mittagessen in die große Halle traten Hast du die beide gesehen? Wir haben ja schon das Beil dabei! Das ist doch nicht fair! Ron, dein Dad arbeitet im Ministerium, da kannst du doch nicht so mit seinem Chef reden, sagte Hermine Doch auch sie schien ganz aufgebracht Wenn Hagrid diesmal die Nerven hält und seine Sache richtig vertritt, können sie Seidenschnabel auf keinen Fall töten Doch Harry war klar, dass Hermine nicht wirklich an ihre eigenen Worte glaubte Die anderen Schüler um sie herum schwatzten und lachten und freuten sich über den Nachmittag Wenn alles vorbei sein würde, doch Harry, Ron und Hermine waren sehr besorgt Wegen Hagrid und Seidenschnabel und hatten keine Lust, sich dem Getümmel anzuschließen Harry und Ron hatten ihre letzte Prüfung in Wahrsagen, Hermine in Muggelkunde Sie gingen zusammen die Marmortreppe hoch, oben verabschiedete sich und Harry und Ron stiegen weiter bis in den siebten Stock, wo schon einige aus ihrer Klasse auf der Wendeltreppe zu Professor Trelawneys Zimmer saßen und sich in letzter Minute noch abfragten Die beiden setzten sich zu Neville Sie will uns alle einzeln dran nehmen, erklärte er Auf seinem Schoß lag Entnebelung der Zukunft, das Kapitel über Kristallkugeln aufgeschlagen Hat einer von euch jemals irgendwas in der Kristallkugel gesehen? fragte er bekümmert Null, sagte Ron beiläufig Immer wieder sah er auf die Uhr Harry wusste, dass er den Minuten bis zu Beginn von Seidenschnabels Verhandlung zählte Die Warteschlange vor dem Klassenzimmer wurde nur allmählich kürzer Jeden, der die silberne Leiter herabstieg, löcherten sie mit gezielten Fragen Was wollten sie wissen? War es schwer? Doch keiner mochte etwas sagen Sie meint, sie wissen aus der Kristallkugel, dass mir etwas Furchtbares passieren wird, wenn ich es verrate Quiekte Neville, als er die Leiter zu Harry und Ron herunterkletterte, die unten warten Das macht sie geschickt, schnappte Ron Weißt du, allmählich glaube ich, dass Hermine recht hat Er wies mit dem Daun nach unten Sie ist nichts weiter als eine olle Schwindlerin Stimmt, sagte Harry Und sah jetzt selbst auf die Uhr Inzwischen war es zwei Wenn sie sich nur beeilen würde Pavati kam glühend vor Stolz die Leiter herunter Sie sagte, ich hätte alles, was eine wahre Seherin braucht Verkünderte sie Harry und Ron Ich habe ja so viel gesehen Also, viel Glück Und sie kletterte die Wendeltreppe hinunter, wo Lavender auf sie wartete Ronald Weasley Sagte ihr vertraute, rauchige Stimme über den Köpfen Ron zog eine Krimasse Kletterte die silberne Leiter hoch und verschwand Jetzt war nur noch Harry übrig Er setzte sich mit dem Rücken an der Wand auf den Boden und lauschte dem Summen einer Fliege am sonnendurchflutenden Fenster In Gedanken war er drüben am Waldrand bei Hagrid Endlich, nach 20 Minuten, erschienen Rons große Füße auf der Leiter Wie ist es gelaufen? Fragte Harry und stand auf Bescheuert, sagte Ron Hab überhaupt nichts gesehen, als ich Hab ich was erfunden Glaube aber nicht, dass er richtig überzeugt war Wir treffen uns im Gemeinschaftsraum Momente Harry Und schon rief Professor Trelawney Harry Potter Im Turmzimmer war es stickiger denn je Die Vorhänge waren zugezogen Das Feuer loderte und die süßlichen Dünste diesen Harry husten Er stolperte durch das Gewürf von Stühlen und Tischen hinüber zu Professor Trelawney Die vor einer großen Kristallkugel saß Guten Tag, mein Lieber Sagte sie sanft Wenn Sie so nett werden, in die Kugel zu schauen Lassen Sie sich ruhig Zeit und Dann sagen Sie mir, was Sie sehen Harry beugte sich über die Kristallkugel und starrte hinein Mit aller Kraft suchte er nach etwas anderem, als dem weißen Nebelgewaber Doch nichts geschah Nun Nun, hakte Professor Trelawney sacht danach Was sehen Sie? Die Hitze überwältigte ihn Und der parfümierte Rauch, der vom Feuer herüberwaberte, stach ihm in die Nase Er dachte an Ron und beschloss es ihm gleich zu ziehen Ähm, sagte Harry Eine dunkle Gestalt, äh, wem ähnelt sie? Flüsterte Professor Trelawney Denken Sie mal nach Harry ließ die Gedanken schweifen und sie landeten bei Seitenschnabel Einem Hippogreif, sagte er entschieden Tatsächlich, flüsterte Professor Trelawney Und kritzelte eifrig Notizen auf das Blatt Pergament auf ihren Knien Mein Lieber, gewiss sehen Sie, wie dieser Streit des armen Hagrid mit dem Zaubereiministerium ausgeht Sehen Sie genauer hin Hat der Hippogreif denn noch Seinen Kopf? Ja, sagte Harry nachdrücklich Sind Sie sicher? Drängte ihn Professor Trelawney Sind Sie ganz sicher, mein Lieber Sehen Sie nicht vielleicht doch, wie er sich auf der Erde windet und eine dunkle Gestalt über ihm die Axt erhebt Nein, sagte Harry Und allmählich wurde ihm schlecht Gein Blut, kein weinender Hagrid Nein, sagte Harry noch einmal und wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich aus diesem stickigen Zimmer zu entkommen Er sieht gut aus, er fliegt davon Professor Trelawney seufzte Nun, mein Lieber Ich denke, wir belassen es dabei Ein wenig enttäuschend, aber Sicher haben Sie Ihr Bestes getan Erleichtert stand Harry auf, griff nach seiner Tasche und wandte sich zum Gehen Doch plötzlich ertönte eine laute, rüde Stimme hinter ihm Es wird heute Nacht geschehen Harry wirbelte herum Professor Trelawney war in ihrem Lehenstüller Start Mit schielendem Blick und offener Mund Wie bitte? sagte Harry Doch Professor Trelawney schien ihn nicht zu hören Ihre Augen fingen an zu kullern Harry packte die Angst, sie sah aus, als würden sie gleich einen Anfall kriegen Er überlegte, ob er in den Krankenflügel laufen sollte, zögerte Und dann sprach Professor Trelawney erneut mit derselben rüden Stimme, ganz ungewohnt aus ihrem Mund Der schwarze Lord ist einsam von Freunden und Anhängern verlassen Sein Knecht lag zwölf Jahre in Ketten Heute Nacht von der zwölften Stunde Wird der Knecht die Ketten abwerfen und sich auf den Weg zu seinem Meister machen Mit seiner Stimme wird der schwarze Mit seiner Hilfe wird der schwarze Lord erneut die Macht ergreifen Und schrecklicher herrschen denn je Heute Nacht vor der zwölften Stunde Wird der Knecht sich auf den Weg machen, zurück zu seinem Meister Professor Trelawney's Kopf sagte auf die Brust Sie machte ein grunzendes Geräusch Harry stand da und starrte sie an Dann, ganz plötzlich, zog der Kopf in die Höhe Tut mir ja so leid, mein Junge Sagte sie traumverloren Jetzt, Sie wissen, ich muss kurz eingedöst sein Harry starrte sie unverwahrt an Stimmt irgendwas nicht, mein Lieber? Sie haben mir eben gesagt, dass der schwarze Lord wiederkommen wird Dass sein Knecht zu ihm zurückkehrt Professor Trelawney schien aufrichtig perplex zu sein Der schwarze Lord? Er, dessen Name nicht genannt werden darf? Mein lieber Junge, darüber macht man keine Witze Wiederkommen, also, hören Sie mal Aber Sie haben es eben gesagt? Sie sagten, der schwarze Lord? Ich glaube, auch Sie sind kurz weggedöst, mein Lieber Sagte Professor Trelawney Ich würde mir natürlich nie anmaßen, etwas so Unsinniges vorherzusagen Gedanken versunken stieg Harry die Leiter Und die Wendeltreppe hinunter Hatte er eine echte Vorhersage von Professor Trelawney gehört? Oder wollte sie die Prüfung nur nach ihrem Geschmack beschließen? Mit etwas, das mächtig Eindruck hinterließ? Fünf Minuten später, als er einen Sicherheitstrollen von dem Gryffindorff-Turm Er hastete, klangen ihm ihre Worte noch immer in den Ohren Viele kamen ihm entgegen, lachend und scherzend und befreit, auf dem Weg hinaus vor das Schloss Und sich ein wenig in die Sonne zu legen Als er durch das Porträtloch in den Gemeinschaftsraum stieg, war fast keiner mehr da Drüben, in einer Ecke allerdings, hockten Ron und Hermine Professor Trelawney, köchte Harry Hat mir eben gesagt, dass... Doch beim Anblick ihrer Gesichter stockte ihm die Stimme Einen Schnabel hat verloren, sagte Ron erschöpft Das hier kam gerade von Hagrid Diesmal war Hagrid's Nachricht trocken Keine Träne hat das Blut benetzt Doch seine Hand hatte offenbar dermaßen gezittert, dass die Notiz kaum leserlich war Berufung verloren Sie richten ihn bei Sonnenuntergang hin Ihr könnt nichts mehr tun, kommt nicht drunter Ich will nicht, dass ihr es mir dann seht Hagrid Wir müssen hin, sagte Harry sofort Wir können hier nicht alleine rumhocken und auf den Henker warten lassen Sonnenuntergang, sagte Ron Und starrte mit glasigem Blick aus dem Fenster Das erlauben sie uns nie Und dir schon gar nicht, Harry Harry ließ den Kopf in die Hände sinken und überlegte Wenn ich nur den Tarn umhangen hätte Wo ist er? fragte Hermine Harry erklärte ihr, dass er ihn im Geheimgang unter der Eindruckigen Hexe versteckt hatte Wenn Snape mich noch einmal in dieser Ecke trifft, sitze ich wirklich in der Patsche, schloss er Das stimmt, sagte Hermine und stand auf Wenn er dich sieht Wie geht dieser Hexenbuckel nochmal auf? Du tippst dagegen und sagst Descendium, erklärte Harry Aber Hermine wartete nicht, bis er ausgeredet hatte Mit großen Schritten durchquerte sie das Zimmer, klappte das Bild der fetten Dame zur Seite und verschwand Sie geht doch nicht etwa hin und holt den Umhang Sagte Ron und starrte ihr mit offenem Mund nach Genau das tat Hermine Eine halbe Stunde später kam sie zurück Mit dem sorgfältig gefalteten silbrigen Tarnumhang unter ihrem eigenen Umhang verborgen Hermine, ich weiß nicht, was seit neuestem in dich gefahren ist Sagte Ron verdutzt Erst beim Möbelst du am Helfeu und dann marschierst du bei Trelawney einfach aus dem Unterricht Offensichtlich fühlte Hermine sich geschmeichert Wie alle anderen gingen sie zum Abendessen, doch sie kehrten danach nicht in den Turm zurück Harry hatte den Umhang unter seinem eigenen versteckt Er musste die Arme verstrengt halten, um das Bündel zu verbergen Sie huschten in eine leere Kammer neben der Eingangshalle und lauschten, bis sie sicher waren, dass keiner mehr draußen war Ein letztes Pärchen eilte durch die Halle und eine Tür knallte zu Hermine steckte den Kopf durch den Türspalt Gut, flüsterte sie Keiner mehr da Unter den Umhang Eng einander geschmiegt, damit sie alle unter den Tarnumhang passten durchquerten sie auf Zehenspitzen die große Halle und stiegen die standarden Stufen zum Schlossgeländen hinunter Schon versank die Sonne hinter dem verbotenen Wald und tauchte die Baumspitzen in Gold Vor Hagrids Hütter angelangt, klopften sie Er brauchte eine Weile, um sich zu rühren Dann trat er vor die Tür und schaute sich feilgesichtig und zitternd nach seinem Besucher um Wer sind's? Zischte Harry Wir tragen den Tarnumhang Lass uns rein, dann können wir ihn ablegen Ihr hättet nicht kommen sollen Flüsterte Hagrid, trat aber zurück und sie ging hinein Rasch schloss Hagrid die Tür und Harry zog den Umhang herunter Hagrid weinte nicht und er warf sich auch keinem von ihnen an den Hals Er sah aus wie jemand, der nicht weiß, wo er ist oder was er tut Diese Hilflosigkeit war noch schlimmer mit anzusehen als Tränen Wollt ihr einen Tee? Sagte er Mit zitternden Pranken langte er nach dem Kessel Wo ist sein Schnabel, Hagrid? Fragte Hermine zögernd Ich Ich hab ihn rausgebracht Sagte Hagrid Und bekleckerte beim Ausfüllen des Milchkrugs den ganzen Tisch Er ist hinter meinem Kürbisbeet an der Leyen Dach, er sollte nochmal die Bäume sehen und Und ein wenig Frischluft schnerpen bevor Hagrids Hand zitterte so heftig, dass ihn der Milchkrug entglitt Und auf dem Boden zerschellte Ich mach das schon, Hagrid Sagte Hermine rasch und beeilte sich, den Milchsee aufzuwischen Da ist noch einer im Schrank Sagte Hagrid Er setzte sich und wischte sich mit dem Ärmel die Stirn Harry warf Ron einen Blick zu, den dieser mit hoffnungsleeren Augen erwiderte Kann man denn jetzt gar nichts mehr machen, Hagrid? Fragte Harry jetzt wild entschlossen Und setzte sich neben ihm Dammelder Er hat's doch versucht Sagte Hagrid Aber er hat nicht die Macht, das Urteil zu ändern Er hat den Leuten vom Ausschluss erkehrt Dass sein Schnabel in Ordnung ist Aber die haben doch Angst Ihr kennt Lucius Malfoy Der hat die bedroht, vermute ich mal Und der Henker McNair ist ein alter Kumpel von Malfoy Aber es wird schnell und sauber gehen Und ich werd bei ihm sein Hagrid schluckte Sein Blick huschte durch die Hütte Als suchte er verzweifelt nach einem fetzen Hoffnung oder Trost Dumbledore will auch dabei sein Wenn es passiert Hat mir heute Morgen geschrieben Er will bei mir sein Großartiger Mensch, Dumbledore Hermine, die in Hagrids Schrank Nach einem anderen Milchklug gesucht hatte Lies einen leisen, rasch erstickten Schluchz zu hören Mit einem Krug in der Hand Richtete sie sich auf Will bleiben bei dir, Hagrid? Begann sie Und kämpft mit den Tränen Doch Hagrid schüttelte seinen Zutting im Topf Ihr müsst zurück ins Schloss Ich hab euch doch gesagt Ich will nicht, dass ihr zuseht Und ihr solltet ohnehin nicht hier sein Wenn Fatsch und Dumbledore euch hier finden Dann kriegt ihr gewaltigen Ärger Stumme Tränen Rannten nun an Hermines Wangen hinunter Doch sie werkelte am Teekassel herum Um sie vor Hagrid zu verbergen Dann langte sie nach der Milchflasche Um die Kanne zu füllen Und stieß einen spitzen Schrei aus Ron, ich Es gibt's doch nicht Es ist Krätze Ron starrte sie mit aufgerissenem Mund an Was redest du da? Hermine trug die Milchkanne hinüber zum Tisch Und stellte sie auf den Kopf Mit einem panischen Quieken Und verzweifelnd mit dem Beinchen krabbelnd Um wieder in die Kanne zu kommen Kam Kretze auf den Tisch gekullert Kretze? Sagte Ron entgeisternd Kretze, was machst du denn hier? Er packte die widerspenstige Ratte Und hielt sie ins Licht Kretze sah schrecklich aus Er war dünner als je Dicke Haarbüschel waren ihm ausgefallen Und hatten große, kahle Stellen hinterlassen Er wandte sich in Rons Hand Als ob er verzweifelt das Weite suchte Ist schon gut, Kretze Sagte Ron Keinen Kratzen Keiner hier will dir was antun Plötzlich stand Hagrid auf Und spätte durchs Fenster Sein wettergegerbtes Gesicht Hatte die Farbe von Pergament angenommen Sie kommen Harry, Ron und Hermine wirbelten herum In der Ferne sahen sie ein paar Männer Die Schlosstreppe hinunterkommen Voran ging Elvis Dumbledore Dessen silberner Bart In der untergegenden Sonne schimmerte Ihm nach trottete Cornelius Fatsch Dann folgten das tattrige alte Ausschussmitglied Und McNair der Henker Ihr müsst gehen Sagte Hagrid Er zitterte am ganzen Leib Sie dürfen euch hier nicht finden Verschwendet jetzt Schnell Ron stopfte Kretz in seine Tasche Und Hermine nahm den Umhang hoch Ich lasse euch hinten raus Sagte Hagrid Sie folgten ihm durch die Tür in seinen Garten Harry kam alles seltsam unwirklich vor Und das umso mehr Als er ein paar Meter entfernt Seidenschnabel sah Den Hagrid an den Zaun um sein Kürbisbeet gebunden hatte Seidenschnabel schien zu wissen Dass etwas geschehen wird Er warf seinen Kopf hin und her Und scharrte nervös auf der Erde Es ist schon gut, Schnäbelchen Sagt Hagrid leise Es ist alles gut Er wandte sich den Dreien zu Geht jetzt Sagt er Spurtet euch Doch sie rührten sich nicht Hagrid Wir können nicht einfach Wir sagen Ihnen, was wirklich passiert ist Sie dürfen ihn nicht umbringen Geht Sagt Hagrid grimmig Ist alles schon schlimm genug Da müsst ihr nicht auch noch Ärger kriegen Sie hatten keine Wahl Als Hermine den Umhang über Harry und Ron warf Hörten sich Stimmen vor der Hütte Hagrid Sah auf die Stelle, wo sie eben verschwunden waren Geht schnell Sagte er heiser Und lauscht nicht Jemand klopfte an seiner Tür Und er ging rasch in die Hütte Langsam Wie ein grauenerfüllter Trance Schlichen sie Harry Ron Und Hermine Um Hagrid Hörte herum Als sie auf der anderen Seite waren Fiel ihr vor der Tür mit einem scharfen Knall ins Schloss Beheilen wir uns, bitte Flüsterte Hermine Ich kann es nicht sehen Ich kann es nicht ertragen Sie ging den Rasenhang zum Schloss hoch Die Sonne versank jetzt schnell am Horizont Der Himmel hat ein klares, mit purpuren Schleiern durchgezogenes Grau angenommen Doch am Westen Blühtes Rubinrot Ron Blieb wie angewurzelt stehen Ach bitte Ron Sagte Hermine Es ist Kretze Er gibt einfach keine Ruhe Ron hatte sich gebückt Und versuchte Kretze in der Tasche zu halten Doch die Ratte hatte rasend Angst gepackt Mit ihrem Quieken Sich windend und kratzend Versuchte sie die Zähne in Rons Hand zu versenken Kretze Ich bin's Ron, du Dummkopf Zwischte Ron Hinter ihnen ging eine Tür auf Und sie hörten Männer aus Stimmen Ron, bitte gehen wir weiter Sie tun's jetzt Keuchte Hermine Gut, Kretze, bleib hier Sie ging weiter Harry und Hermine versuchten nicht auf die Stimme hinter ihnen zu hören Wieder erstarrte Ron Ich kann sie nicht mehr festhalten Kretze, halt's Maul Die hören uns noch Die Ratte quiekte spitz Doch nicht laut genug Um die Geräusche zu überdecken Die von Hagrid's Garten herüberwehten Zunächst gab es ein Gewirr undeutlicher Männerstimmen Dann trat Stille ein Und dann, ohne Warnung Hörten sie das unmissverständliche Surren Und den dumpfen Ausschlag einer Axt Hermine wankte Sie haben's wirklich getan Flüsterte sie Harry zu Ich kann's nicht fassen Sie haben's getan So Das war Kapitel 16 Professor Trilonis Vorhersage Das war eine sehr komische Prüfung Ich bin froh, dass ich nicht solche Klausuren hab Was haltet ihr von der Vorhersage? Ganz schön merkwürdig, ne? Und schade ist es auch um den Seidenschnabel War mit hier Naja Hat auch der Malfoy wieder angezettelt, ne? Vielleicht sind nicht alle Surgeons doof, aber Der Malfoy Oder sein Vater Die sind schon ein bisschen gemein teilweise So, jetzt schau ich mal wieder in den Chat Guck mal ganz kurz nach, wie viel das nächste Kapitel hat Aber ich glaub, das schaffen wir heute nicht mehr Na, das ist schon viel Das schaffen wir nicht Das wird sonst ein Uhr Das dauert, glaub ich, noch ein bisschen zu lang Genau Schau ich jetzt mal kurz nochmal in den Chat Oh, ich hab da echt viel geschrieben Hab dich untereinander ausgetauscht scheinbar Einige sind nochmal schlafen gegangen Ich hoffe, ihr schlaft alle gut Was hab ich da verpasst? Ganz drama Ah hier, was habt ihr für Haustiere? Hogwarts Haustiere Ja, was habt ihr denn für Haustiere? Eule? Uhu? Uhu ist eleganter Soll ich mal abstimmen? Ja, eigentlich kann man das nicht so gut abstimmen Ja, genau das würde mich mal interessieren Wie alt ihr seid Ich mach mal eine Umfrage Ihr müsst natürlich nicht genau das Alter reinschreiben Aber ihr könnt mal anonym euer Alter angeben Das würde mich echt mal interessieren Ob das stimmt, was man bei YouTube sieht Könnt ihr mal gerne Könnt ihr natürlich auch reinschreiben Aber vielleicht einfacher, wenn ihr einfach abstimmen könnt Und ist dann auch anonym Also nicht, ob ihr alle das raushalten wollt Okay, ein paar sind da doch ganz offen Klar, kommt nächste Woche das spannende Finale Ja, ich glaube auch Jetzt gucke ich mal kurz Wir sind jetzt bei 350 346 Jetzt kommen noch 100 Seiten Und das sind immer ungefähr 20, 30 Seiten pro Kapitel Kater, Ratte, Hund Das ist das nächste Kapitel Das kann ich schon mal reinschreiben Kapitel 17 Bestimmt, dass jetzt noch ein bisschen mehr Quatsch geschrieben Wie geht das? So War ein bisschen schwer zu sehen Ich glaube, so stimmt das Ja genau Also jetzt Haben sie seinen Schnabel hingerichtet Aber Ron hat Kretze wieder gefunden Seine kleine Haustierrette Da geht es jetzt zwar nicht mehr so gut Aber Er hat sie gefunden Alle dachten ja immer Die Katze hat sie aufgefressen Der Krummbeinhardt Also der Minis Katze hat den aufgefressen Aber war scheinbar doch nicht so der Fall Haben sie sich völlig umsonst gestritten Das ist ja auch was Deswegen immer ein bisschen warten Bis alle Fakten Da sind Und nicht sofort losstreiten Erstmal abwarten Ist das jeden Abend Nee Nicht jeden Abend Aber sonntags Entweder Livestream oder ein Video Sage ich jetzt mal so Also Die nächsten Wochen Wir haben jetzt vier Kapitel Die ich als einzelne Videos wieder hochlade Also Vielleicht nächsten Sonntag Auch nochmal Nächste Woche Ja vielleicht Nächste Woche könnte ich sogar Zeit haben Beziehungsweise jetzt diese Woche Also nächsten Sonntag In sieben Tagen Das allerletzte Kapitel schaffen wir wahrscheinlich nicht Aber wir neigen uns dem Ende zu Also wahrscheinlich Die Einige der letzten Kapitel Und das Finale gibt es dann Vielleicht ein bisschen später Nächste Woche oder so Also schaue ich mal kurz hier in den Chat Jetzt habt ihr bestimmt schon euer Alter reingeschrieben Wie gesagt Aber ihr habt ja Alle haben einfach reingeschrieben Und nicht abgestimmt Aber ist auch okay 24, 15, 27 Ja ist bunt gemischt hier 24, 23, 19 Ein Uhr geht Ja theoretisch schon Aber ich muss morgen so früh aufstehen Und es ist jetzt schon fast halb eins Jetzt muss ich auch noch alles ausmachen und so Und dann noch schlafen gehen Also ich hätte tatsächlich noch richtig Lust Ich bin auch noch gar nicht so müde Ich bin eigentlich schon noch motiviert Nur einerseits muss ich morgen früh aufstehen Und andererseits meine Stimme Wird es mir auch nicht so danken Wenn ich jetzt nochmal ein Kapitel mache Aber jetzt mache ich mal Endpoll Da habt ihr abgestimmt Und die allermeisten sind zwischen 14 und 24 von euch Aber es hat doch einen nicht unerheblichen Teil Der älter ist Wusste ich Aber ist ungefähr das Was ich so von YouTube kenne Die allermeisten sind so Teenager Alter oder Zwanziger Aber es hat tatsächlich einige Ganz junge und auch Noch viel ältere Leute Unter uns Macht bis 1.30 Uhr Also Spoiler bitte nicht Sonst muss ich euch leider bannen von diesem Kanal Das hilft ja keinem Weil viele Leute kennen vielleicht die Geschichten noch nicht Bis 17 musste ich schlafen Hey lieber nichts Spoilern hier Das ist gemein Für die Leute die das noch nicht so kennen Wie alt bist du denn selbst? Gute Frage Das ist die Frage wie alt man ist und wie alt man sich fühlt Ihr könnt ja mal raten von der Stimme Wie alt ihr mich schätzt Also ich habe das in den vergangenen Livestreams eigentlich schon mal gesagt Aber es sind jetzt schon einige neue Leute dabei Deswegen könnt ihr gerne auch mal schätzen wie alt ich denn bin Ja gerne nehme ich mir die Zeit Das macht mir auch Spaß Also nächsten Sonntag dann ganz sicher Entweder Livestream oder Video Kann sogar sein dass Livestream dann noch passt Übernächste Woche und die Woche drauf passt auf jeden Fall nicht Weil da habe ich leider Prüge Aber nächste Woche könnte sogar noch passen Aber es kommen auf jeden Fall Videos Also die Kapitel die wir am Livestream gelesen haben Als eigenständige Videos Dann kann man die ohne das gelabert rum Ich weiß ich kann es auch nachvollziehen Einige Leute finden den Livestream einfach anzugucken Auch im Nachhinein richtig entspannt Wenn man so ein bisschen so Gesellschaft hört Das kann man es im Hintergrund dann hören Oder zum Chillen Zum Einschlafen Und manche wollen halt dann nur die Kapitel dann Ohne das Ganze gelabern Das verstehe ich auch Deswegen mache ich immer beides 24, 28, 33 Also einige sind nah dran Einer hat es gesagt Ja ich bin 26 Also Mitte 20 Ariane erinnert sich vielleicht noch an die anderen Livestreams Oder auch nicht Ich weiß es nicht Wer hat gespoilert Einer Oder eine hat gespoilert Den musste ich leider bannen Und einer hat eine Andeutung gemacht Oder eine Aber das war nichts Deswegen habe ich das gelassen Aber bitte keine Spoiler reinschreiben Weil sonst Da gibt es auch kein Keine Warnung oder so Dann Seid ihr einfach gewandt Weil Da kann man sich sonst einen großen Scherz draus machen Alles zu spoilern Und das ist halt einfach doof Ich meine die Bücher sind schon seit Jahrzehnten draußen Dieser dritte Teil Der ist schon seit 20 Jahren draußen gefühlt oder so Aber trotzdem Muss ja jetzt nicht sein Kann man ja auch Weiß nicht Müssen wir uns mal was überlegen Vielleicht Auf Instagram vielleicht Oder woanders besprechen Oder vielleicht mal in Discord machen Wo man da drüber reden kann Das können wir eigentlich mal machen Das wäre vielleicht lustig Zum Discord zu erstellen Habt ihr das? Ich habe das nur Also vom Livestream nicht Ich habe das für andere Sachen Dazu Communities Also ein paar von euch Haben bestimmt Discorde Aber vielleicht ein paar von euch Sehen das Aber die haben das gar nicht Kennen das gar nicht Perfekt geschätzt Genau Du hast es genau geschätzt Ähm Ich finde es auch nicht schlimm Zu spoilern Nur Also Ich finde das muss nicht im Livechat sein Wenn die Leute das halt noch nicht kennen Wenn man kann das ja überall im Internet Auch nachlesen Oder alles Aber wenn man so die Geschichte noch nicht kennt Wir haben auch viele jüngere Leute dabei Die das vielleicht jetzt noch nicht Noch nie gelesen haben Oder den Film nicht kennen Und die das halt nicht kennen Und dann ist das halt noch ein bisschen doof Und vielleicht machen wir einfach mal Weiß nicht Discord oder keine Ahnung Irgendwas wo man sich unterhalten kann Ähm Wo dann die Leute Die halt keine Spoiler wollen Ähm Das nicht lesen müssen Ähm Ähm Ja genau Ich überlege mir mal was Vielleicht finden wir da eine Lösung irgendwie Vielleicht Weiß ich nicht Instagram oder Discord Oder bei YouTube einfach irgendwie Da gucke ich mal was es alles gibt Ähm Dann wünsche ich euch viel Glück und Erfolg Mit euren Dating Ähm Vorhaben Aber ich muss jetzt leider einen Livestream ausmachen Weil es ist schon halb eins Ähm Nichtsdestotrotz viel Erfolg bei allem Und eine gute Nacht Und äh Bis zum nächsten Livestream Und äh Schön dass ihr dabei wart Genau Ich äh Studiere noch Ja ich äh Eine Interpretation Ich weiß jetzt nicht genau was du suchst Vielleicht kann ich das nächste Mal helfen Aber ich habe immer viel gegoogelt Und es gibt so Playmobil Videos In Deutsch Die habe ich immer angeschaut Die dann so äh Romane die im Abi dran kamen In 10 Minuten irgendwie erklären Mit Playmobil Das musst du nur googeln Faust oder alles mögliche gab es da Das habe ich auf jeden Fall Ähm angeguckt Und das Buch nicht gelesen Und habe trotzdem eine gute Note bekommen Also es äh Sinnvoll Dann wünsche ich euch eine gute Nacht Und ähm Bis zum nächsten Livestream Und schön dass ihr dabei wart Macht's gut